Vor über 60 Jahren hat Rubis die ersten Präzisionspinzetten entwickelt, um kleinste Rubine in die Schweizer Uhrwerke zu setzen. Daher unser Name Rubis, der seither für Pinzetten bester Schweizer Qualität steht. Alle unsere Produkte werden aus bestem rostfreiem, säurebeständigem Chirurgenstahl gearbeitet. Dieser kann ohne weiteres desinfiziert werden. Verfügt die Pinzette ebenfalls über eine ausgezeichnete Elastizität. Genauso wichtig ist aber auch der Fabrikationsprozess. Der Stahl wird zuerst am Pinzettengriff heruntergewalzt, eine erste Verformung der Spitze folgt. Nun erhält die Pinzette ihre Form durch Stanzen und Prägen. Die zwei Teile werden schließlich zusammengeschweißt. Danach folgt ein mehrfaches Schleifen und Polieren oder Einfärben der Pinzetten. Weiter durchläuft das Produkt die wichtigsten Arbeitsschritte der Entfertigung. Diese zeichnet sich durch das traditionelle Handwerk aus. Es besteht aus vielen minutiösen Arbeitsschritten, welche der Pinzette die ihr bekannte Präzision verleiht. Über 45 Produktionsschritte sind nötig, um eine Präzisionspinzette herzustellen. Während des ganzen Arbeitsprozesses werden die Pinzetten immer wieder unter der Lupe geprüft, damit kein Produkt die Manufaktur verlässt, das nicht höchsten Ansprüchen genügt. Lassen Sie Ihre wertvolle Pinzette aber nach Gebrauch nicht ungeschützt ohne Schutzkappe. Denn trifft die Pinzette auf einen harten Gegenstand oder wird sie fallen gelassen, verliert sie ihre perfekte Funktion. Die abgeschrägte Klassik-Pinzette, sie ist perfekt, um Augenbrauen und andere unerwünschte Haare, Stoppeln oder ganze Haare zu entfernen. Sie zieht das Haar mit der Wurzel. Die spitze Pinzette eignet sich zum Entfernen von eingewachsenen Haaren oder Splintern. Die Pinzette Universal mit etwas engeren Pinzettenkopf und gerader Spitze eignet sich für mehr Zwecke. Die Lupenpinzette mit 8-fachem Vergrößerungsglas. Ideal zum Zupfen von Augenbrauen, auch ohne Brille, sowie um Spriessen zu entfernen. Die Nagelfeile Rubis Twist aus Glas mit einer mikrofeine, samtig anfühlende Feilenfläche für schonende Nagelpflege. Der Taschenwimpernformer. Einfach in der Anwendung. Stahlgriff lösen, Augenwimpern vorsichtig auf den Silikongummi legen, Stahlgriff nach unten drücken. Nagelschere in gehärtetem, nicht rostendem Stahl. Schneidet ihre Nägel mit einem schnellen, sauberen Schnitt. Die Hautschere mit einer extrem feinen Spitze aus gehärtetem Stahl. Speziell zum Schneiden von delikaten Nagelhäutchen. Die Sauroschere mit breiterem, stärkerem Profil schneidet problemlos die stärkeren Fußnägel. Rubis, ein Premiumprodukt mit internationalem Ruf. Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Ferrari unter den Pinzetten. Bobby Brown, New York Times.